Hallo und willkommen zu meinem neuen Tutorial. Hier in diesem Tutorial möchte ich mit euch die 3MP Panorama Kamera von Frady in Betrieb nehmen. Ich möchte mit euch die Kamera konfigurieren und wir möchten uns nochmal in diesem Video auch die einzelnen Videobilder dieser Kamera anschauen. Beginnen wir einfach mal mit dem Auspacken der Kamera. Wir sehen, wir haben alles dabei, was wir benötigen, um die Kamera in Betrieb zu nehmen. Die Kamera ist auch sehr kompakt aufgebaut. Sie ähnelt eher einem Rauchmelder und kann somit natürlich auch problemlos an der Decke montiert werden. Die Kamera kann mit Hilfe eines Adapters an die Decke geschraubt sowie natürlich auch geklebt werden. Um nun die Kamera in Betrieb zu nehmen, empfehle ich euch auf jeden Fall erstmal eine Micro-SD-Karte einzulegen. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten. Diese benötigt ihr allerdings, um Aufzeichnungen auf der Kamera oder auf dieser Karte zu speichern. Als nächstes verbinden wir unsere Kamera mit dem Stromanschluss. Dieses tätigen wir über den mitgelieferten USB-Anschluss und wir lassen die Kamera hochbooten. Währenddessen unsere Kamera bootet, suchen wir uns unsere Kamera-App aus dem App Store. Hierfür suchen wir einfach gezielt nach der UC-App und installieren diese App. Haben wir diese App installiert, öffnen wir diese App und melden uns hier mit unseren Zugangsdaten an. Haben wir doch keine, erstellen wir uns die Zugangsdaten. Um die Kamera nun schlussendlich in Betrieb zu nehmen, empfehle ich euch die Kamera zurückzusetzen. Hierfür drückt ihr am besten mit einer Nadel einige Sekunden den Reset-Knopf. Nun bootet eure Kamera neu und begibt sich in den Verbindungsmodus. Reset to default setting. Wir gehen nun wieder zu unserer App, öffnen unsere App und betätigen oben rechts die Plus-Taste auf unserer App. Hiermit können wir nun eine neue Kamera hinzufügen. Hierfür stehen uns nun verschiedene Methoden zur Verfügung. Ich wähle die Methode neues Gerät hinzufügen. Und da es sich hier natürlich um eine WiFi-Kamera handelt, wähle ich die Methode SmartLink für die Verbindung. Stellt für diese Methode allerdings sicher, dass euer Handy mit dem richtigen WLAN-Netz verbunden ist. Und zwar mit dem WLAN-Netz, mit dem ihr schlussendlich auch eure Kamera verbinden möchtet. Und achtet bitte darauf, die Kamera unterstützt keine 5 GHz WLAN-Netze. Gebt nun hier euer Passwort ein. Achtet auch bitte hier darauf, dass das Passwort keine Sonderzeichen enthalten darf. Haben wir unser Passwort eingegeben, bestätigen wir dieses. Nun empfehle ich euch noch, die Lautstärke eures Handys etwas zu erhöhen, denn das Handy übermittelt die Verbindungsdaten per Ton an eure Kamera. Wir bestätigen auch dieses wieder. Und die Kamera empfängt per Ton die Verbindungsdaten. War die Verbindung mit der Kamera erfolgreich, quittiert uns das die Kamera durch eine Audio-Ausgabe und wir können mit unserer Einrichtung fortfahren. Wir geben nun als nächstes das Standard-Passwort der Kamera ein. Dieses ist 1, 2, 3. Dieses bestätigen wir. Und nun können wir unserer Kamera eventuell einen neuen Namen verpassen und natürlich auch ein neues Passwort. Noch ein wichtiger Zusatzpunkt. Habt ihr eure Kamera neu eingerichtet, empfehle ich euch auch, nach einem neuen Firmware-Update zu suchen. Dieses macht ihr einfach hier unter diesem Punkt. Ist eines vorhanden. Bitte installiert dieses vor im Betriebnahme der Kamera. Durch Antippen der Play-Taste auf unseren Monitor verbinden wir uns direkt mit der Kamera und erhalten uns so eine 360-Grad-Rundumsicht. Wir haben hier verschiedene Bildschirmansichten zur Verfügung. Hiermit können wir den kompletten Raum überwachen. Hier unten zum Beispiel haben wir eine 360-Grad-Rundumsicht. Diese können wir zum Beispiel hier scrollen und können uns so einen Überblick über die Wohnung verschaffen. Wir haben des Weiteren auch noch andere Bedienmethoden, wie zum Beispiel hier oben unsere Fisheye-Ansicht. Wenn wir hier einen Punkt anwählen, wird dieser hier drüben auf den Monitoren sichtbar und wir können einzelne Bereiche uns näher anschauen. Des Weiteren haben wir natürlich auch die Möglichkeit, direkt Videos hier aufzuzeichnen und wir können auch Schnappschüsse von diesem Bild erstellen. Wir haben auch die Möglichkeit, direkt mit der Gegenstelle zu sprechen, indem wir einmal kurz hier unten auf dieses Mikrofon drücken und alles, was wir jetzt sagen, wird direkt an die Kamera übertragen. Wir können natürlich auch die Wohnung abhören. Hierfür haben wir hier einen kleinen Lautsprecher. Wenn wir diesen anschalten, hören wir den Ton in der Wohnung auf unserem Handy. Test, test, test. Test, test, test. Ah, ah, ah. Des Weiteren haben wir noch die Möglichkeit, hier mit diesem Augensymbol auf andere Anordnungen unserer Monitore umzuschalten. Und so haben wir dann eventuell eine bessere Ansicht, in der wir einfacher unsere Wohnung überwachen können. unsere Kamera verfügt natürlich auch über einen Nachtsichtmodus, was also bedeutet, in der näheren Umgebung können somit auch bei Nacht noch personenordnungsgemäß erkannt werden. Hier seht ihr ein kleines Beispiel dieser Nachtsichtaufnahme und somit könnt ihr euch selber ein Bild machen, wie gut oder schlecht hier die Bildqualität ist. Wie es sich natürlich auch für eine Überwachungskamera gehört, haben wir hier natürlich auch noch verschiedene Einstellungen. Hierfür klickt ihr einfach hier unten auf das Einstellsymbol und wir kommen nun hier in unser Einstellmenü. Hier gibt es einige Punkte, die wir auf jeden Fall nochmal nacharbeiten müssen. Als erstes hätten wir unsere Videoeinstellung. Hier schaltet ihr entweder auf manuelle Videoaufnahme. Hier könnt ihr manuell dann die Videoaufnahme eurer Kamera starten oder ihr schaltet auf Alarmvideo. Was also bedeutet, wenn nun eine Person unter dieser Kamera hindurchläuft, wird eine Videoaufzeichnung gestartet. Wir können natürlich auch hier die Zeit des Alarmvideos einstellen. Ein, zwei oder drei Minuten Aufnahmezeit sind möglich. Es ist natürlich auch möglich, diese Kamera im Timerbetrieb zu betreiben. Was also bedeutet, wir können hier über Timer eine Aufnahme programmieren und können nun so eine Langzeitaufnahme auf der SD-Karte speichern in einem bestimmten Zeitbereich. Unter den Videoeinstellungen finden wir natürlich auch gleich unsere Speicherkarte. Hier sehen wir die Kapazität der Speicherkarte und wir können notfalls auch die Speicherkarte formatieren. Auch ein wichtiger Punkt sind die Alarmeinstellungen. Unter diesem Punkt können wir einstellen, unter welchen Kriterien unsere Kamera eine Alarmaufzeichnung starten soll. Ich habe hier die Bewegungsüberwachung gewählt. Diese könnt ihr ein- oder auch ausschalten. Natürlich macht es Sinn, diese einzuschalten. Und hier unten haben wir noch eine Intensitätseinstellung. Hier können wir einstellen, bei welcher Intensität die Kamera dann schlussendlich mit der Aufzeichnung beginnt. Bitte testet das in eurem Fall, indem ihr eventuell unter der Kamera durchlauft und stellt die Kamera dementsprechend empfindlich ein, wie ihr sie benötigt. Es ist natürlich auch möglich, eine Alarm-Push-Nachricht zu erhalten. Diese könnt ihr hier oben ein- und ausschalten. Somit wird ein Alarm direkt an euer Handy gesendet. Es gibt auch die Möglichkeit, Alarme direkt an eine E-Mail-Adresse zu senden. Wählt hierfür einfach einen E-Mail-Dienst aus und gebt eure Daten hier ein. Auch noch ein schöner Punkt. Wir können natürlich diese Kamera auch als direkte Alarmanlage verwenden. Was also bedeutet, unter diesem Punkt können wir die Alarmierung einstellen. Soll sie eine, zwei oder drei Minuten dauern. Ich habe jetzt hier einfach mal eine Minute ausgewählt. Und wenn wir nun unsere Kamera in den Alarm-Modus schalten, das machen wir hier mit dem Punkt Abwehr, kann unsere Kamera wie eine Alarmanlage fungieren. Was also bedeutet, wenn sich eine Person vor dieser Kamera bewegt, sehen wir, dass unsere Kamera ein Alarm auslöst und natürlich auch in diesem Moment an unser Handy direkt ein Alarmbild übermittelt. Somit können wir natürlich sehen, wer sich vor dieser Kamera befunden hat und die Person wird auch gleichzeitig durch einen Alarm von der Kamera aufgeschreckt oder durch die Kamera vertrieben. So, damit bin ich ja schon wieder langsam am Ende dieses Tutorials angekommen, um nochmal einen kleinen Abriss über diese Kamera zu geben. Wer sollte sich so eine Kamera kaufen? Wer eventuell lieber nicht. Wenn jemand seine Wohnung von der Ferne aus überwachen möchte oder eventuell die Kinder überwachen möchte, eine Art Babymonitor betreiben möchte oder einfach nur nach dem Rechten daheim schauen möchte, da ist diese Kamera genau richtig. Hier können wir direkt vom Handy aus auf die Kamera zugreifen und können auch per Gegensprechanlage mit der Gegenstelle kommunizieren. Wir haben auch die Möglichkeit, Videos auf der SD-Karte aufzuzeichnen. Aber damit war es das auch schon. Neben einer Nachtsichtfunktion hat diese Kamera keine weiteren Funktionen. Es ist also eine reine Überwachungskamera zur Überprüfung des Objektes oder eurer Objekte. Solche Funktionen wie zum Beispiel Speichern auf einem FTP-Server oder Speichern in einer Cloud suchen wir hier vergebens. Allerdings muss man das auch im Preis der Kamera sehen. Hierbei handelt es sich um ein sehr günstiges Preissegment, was also bedeutet, wer eine sehr günstige Überwachungskamera sucht und um einfach mal schnell nach dem Rechten zu Hause zu schauen, der hat mit dieser Kamera wahrscheinlich die richtige Wahl getroffen. Wer eine komplette vollprofessionelle Überwachung des Objektes machen möchte und eventuell auch mit externen Speichern oder FTP-Servern arbeiten möchte, der wird mit dieser Kamera nicht glücklich werden, denn dieses unterstützt diese Kamera nicht. So, das war es dann schlussendlich endgültig für dieses Video. Und noch ein wichtiger Hinweis, diese Kamera wurde mir netterweise vom Hersteller zum Testen und Ausprobieren zur Verfügung gestellt, damit ich euch die Funktionsweise dieser Kamera zeigen kann. Link zu dem Produkt natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Hat euch mein Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich euch um einen Daumen hoch bitten. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem. Abonniert hier einfach meinen Kanal, denn abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Und wollt ihr keines meiner weiteren Videos mehr verpassen, so klickt doch noch zusätzlich auf das Glockensymbol neben dem Abo-Button. Ich sage dann mit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube. Ich sehe dann mit Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020